Moin oder was und herzlich willkommen zu einem neuen Schwarz Video Besonderes Video, wir haben die 10.000 Hände geknackt, das ist der absolute Wahnsinn Da wird ja steil, der Schwarz war schon mal da Ja, wir haben heute ein bisschen was für euch vorbereitet Unter anderem haben wir Blumen für euch gekauft Ja, damit ihr auch ein schönes schwarzes Bild habt Fast Tanz vorbereitet, mal schauen, was der Tag so bringt Aber als kleines Dankeschön haben wir natürlich auch noch was Besonderes für euch vorbereitet Ich glaube, dafür sind Wayne und ich nicht die richtigen Schwarzpartner Wir holen mal unser Notar ins Spiel So, und zwar haben wir uns folgendes überlegt Wir werden ein lustiges Gewinnspiel veranstalten Und zu gewinnen gibt es unsere gesamten YouTube-Einnahmen aus 5 Jahren Die betragen sich ja lustige 12,10 Euro Und alles was ihr dazu tun müsst, um diese zu gewinnen Ist einen lustigen Kommentar schreiben mit einem lustigen Witz Oder einen lustigen Spruch, warum ihr das Geld gerne haben möchtet Und wir werden dann im nächsten Video den Gewinner Im Tarsch ist uns klar Viel Glück an alle Wir sehen uns So, jetzt geht das Video endlich richtig so los Und zwar machen wir das Fenster einmal auf Und da wird Jan sich gleich rausschmeißen wie ich den Blumen Weg mit dem Video Ja Geil, ey Knie ist natürlich auch noch nicht immer wieder in Bestverfassung Aber da gibt es nur eine gute, die wir jetzt sehen Die zeige ihr jetzt Ja, ja, Alter, Junge Gehol Nice, Junge Kein Baum berührt Kein Busch berührt Kein Haus berührt Kein Haus berührt Kein Haus berührt Kein Haus berührt Alles gut gelaufen Danke für Lines aus Lines So, erste Location haben wir abgehakt Ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Au revoir So, wir sind an einer neuen Location angek- So, vergesst, was er euch erzählen wollte Wir sind an einer neuen Location angekommen Komm, Wahnsinnsport Etienne hat das Ganze machen dürfen mit dem Dropkick Weil er keinen Dropkick kann Hier, der Einspieler Du hast mir in die Eier geblieben Junge, du hattest Das ist eine Verbrauchung da, aber, Alter Ja, noch mal Ich bin raus, Freunde Ich kann das Da war nur harte Mosen unter mir Was wird's denn da machen? Hier, guck mal Kormosen, weißt du Sand unter sich hier Mein Gott, ne? Nächstes Mal auf Quote Dann zeig ich dir aber noch mal eins Wie war ich da oben gekleidet bin Nicht mit Abfeder, sondern zack, drauf Hier, 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 hier Okay Schön mit Öl oder was? Alle riffen, jubeln, 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 jubeln Ich hab mich doch mein Ohrwut fast abgeschnitten von so einem Mann Du hast so'n geil Ding im Kopf Was lernen wir da raus? Die Arschbacken, die werden aber kurz auseinandergezogen Ihr wisst ja, seitdem ihr unsere Videos guckt, wie das abläuft Rein, in diesem Sinne, schauen wir mal an Wollen wir, schauen wir mal, ne? Oh, das ist weich Da, wo meine Hand war, war meine Hand noch naht Da wäre ein Knochen auf was durch gewesen Von hier ist ungeil, was lernen wir da raus? Tag, Dominik? Tag? Oh Drei, zwei, eins, ich hab glaub ich noch nie weniger Bock auf ne Dive-Bull gehabt Mission failed Ohhhh Da hatte mit der Rolle nix zu tun, aber trotzdem geil Alter Lachs Was lernen wir da raus? Der hat wirklich geschäfert, kann ich mal zugeben In diesem Sinne, Ette, zwei Schritte Anlauf und dann schön Rückenklatscher kassieren Oh wow Sag mir, jetzt würde ich nicht gern küssen Ne Zwei, eins Ha GAY Haufen gut justiert You serious? Das finde ich sowas von geil, Ette, letzte Worte Die Arschbacken, die werden aber kurz so auseinander gezogen Drei Zwei Zwei Eins Go Ich bin so gut gelandet, da das schon wieder gut war Ich bin in der Handstadt gelandet oder sowas Junge Alter Pär Was ist das? Was ist das für ein Abdruck? Was lernen wir da raus? Die Arschbacken, die werden aber kurz so auseinander gezogen Das war's im 10k-Special Boom Jungen Ja sicher alle Das war's im 10k-Special Das war's im 10k-Special Das war's im 10k-Special Drei Drei Bi everybody k's quack Den Bleist AL melhorar weitergehen wir überall zu der Saison wieder Das gibt's ja nicht du schä 50er HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH Junge, ich produzier zum ersten mal einen Zug P ÉST Ampel gedrücken Dieben ins Maul FURZEN Reifuatzen, Kapitän!